Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja und in dem heutigen Game spiele ich Jinx als ADC. Supporten wird mich dabei die Alexa und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. Oh es geht los. Ich kann nix picken. Was dachte? Also bei mir geht alles ganz normal. Hey, Report Eve. Oh Mann, was ist das denn jetzt? Hä, wie geht denn das bei den ganzen Pick, bei Draft Pick? Mit dem die einfach den Champs picken würde ich versagen. Ja, dann würde ich sagen, hast du Pech gehabt, dann musst du mit E-Feld Midlane gehen. Ja. Oh wow, ich kann sein, dass ich PC neu starten muss. Oh, ich merk schon. Ach ja. Ich bin gleich wieder da. Jo, gib Kalle Kalle. Da ist sie weg, die Alexa. Naja und währenddessen kann ich euch schon mal die Teams zeigen bei mir im Team Yasuo auf der Top Lane. Rengar im Jungle Syndra auf der Midlane. Ich mit Jinx als ADC und Alexa mit Nami Support, sobald sie denn dann kommt. Im Gegnerteam haben wir Timo auf der Top Lane. Dann Evelyn im Jungle Tailhorn auf der Midlane Ash als ADC, die ich eigentlich wieder spielen wollte. Und so nach Support. Gut. Entspann dich. Du kriegst auch noch welche ab. Ja, du kriegst noch genug ab. Und meine Alexa dann erstmal wieder da ist und wir zusammen die Bot Lane rocken können. Joa, der Yasuo hilft auch geil da oben. Wird Zeit, dass Ranked Games wieder losgehen hier, wa? Hä? Sieht irgendwie merkwürdig aus. So, ich muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel fresse, bis Alexa wieder da ist. Hm, hm, hm. Da ist er schon mal wieder im TS. Ja. Das ist auch schon am Starten. Das ist gut. Also ich bin zumindest noch nicht gestorben. Aber mit Farmen ist natürlich schwer. Ja, aber der wird weniger rumbacken, weil vielleicht da ist. Oder was? Ja. So, jetzt hab ich hier raus. Oh Mann, ey. Das ärgert mich. Alles gut, noch. B, ich kann jetzt nicht gucken. Noch. Bei allem nicht gut es geht. Sag mal, wenn ich connector. Joa. Ich werd's im Auge behalten. Jawohl. Jawohl. First Blood gab's für unsere Midlane. Hm, immerhin. Ich ging bei 60. Boah, ist das nervig. Doch nicht so viel. So, und ich hab'n Assist. Hehehe. Hehehe. Das mit dem AFK-Supporter. Yeah. Yeah. Ja, der Supporter gibt gleich einen Kollaps. Hauptsache, er kommt gleich rein. Der Rest ist mir egal. Ich würd' liebend gern jetzt schon loslaufen. Geht immer noch nicht? 80 jetzt. Was ist denn das, Mann? Oh. Okay, jetzt war meine Botlane natürlich auf der Midlane. Ah, das gibt's doch nicht. Yeah. Jetzt hast du connected. Boah. Boah. Ich bin auch noch im Dadebüchern. Boah, meine Güte, ey. Ach ja, das Gute, lol. Toll. Ja, das kann ich sagen. Ich hatte vielleicht ein, zwei Niederlagen in Warcraft wegen Lag. Aber das war's. Aber so wegen Disconnects und sowas halt gar nicht. Weil kann ja nicht passieren. Es ist halt ärgerlich, dass Lennys dadurch so schwer ist. Aber das Wachen war schon... War sich sehr gut gehalten. Naja, guck mal hier. Ich hab's doch fast gekillt. Ich hab's ja gekillt! Was ist denn die Maschine, ey? Ahaha! Oh, verdammt. Oh, direkt den Pinky gesetzt. Ja. Das war jetzt falsch besetzt. Das war ein Mega-Kack. Alles gut. Alles gut. So, und lass erst mal Backlern. Kein Risiko eingehen. Das war jetzt so geil! Ein Kill eins gegen zwei. Ahaha! Run this back! Lord, run back in League of Legends! Oh, yeah! Hätte ich mal zu 80 Season rank. Nein! Jetzt wird wieder abgerockt hier! Hast du gesehen, wie sie mich abusen wollten? Aber nix da. Rami sagt nö. Rami sagt immer ne! Lasst meinen Sub in Ruhe! Aber 13 Farmen hab ich nur. Es ist ground full. Aber... Ja, das was ich nicht connecten konnte. Ja, gegen Ash und Dingens konntest du halt gar nichts machen da. Die haben mich halt auch gepugt die ganze Zeit. Ja, das kriegen sie jetzt alles noch zurück. Glaub' mal. Ja. Ja. Ein Gegner muss nicht. Oh nein! Muss ich etwa den Kurs schneller? Muss ich etwa den Kurs innen brechen? Oh, komm! Ja! 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 Muss ich das wieder gewöhnen. So unterm Tower Farm. Ich könnte die Kurs auf die Hütten. Und dann macht der Towern Hütten und dann hat sie die kriegen. Ja, ich kenn' das aber. Wenn man so lange jetzt nicht gespielt hat. Mhm. Muss man sich da erst wieder an sowas gewöhnen. Nein! Mist! Die Minions machen das. Versteck dich, wenn's geht. Ah! Minion Power! Minion Power! 2, 2, 1, 1, habe ich viel. Ich will das sehen. Minion Power! Sau nice! Sau stark! Boah, ey! Da muss ich trotzdem aufpassen. Wie sau! Ja, ich hab auch extra voll die Schnauze gehalten. Alles gut! Sau stark! Aber bei mir war nicht schön. Ich hab viel zu spät geswitcht von der Kanone auf die Minigun. Also ist halt wenn man nicht auf G-Speed spielt. Ich verkack das auch nur ab und zu. Und gefecht achtet man da halt nicht drauf. Ja, und auch zu früh gehealt und so. Ich war zu geil auf die Sona. Ping, ping, ping! Ja, guck mal. Trotz AFK. Wow. Jo. Was darfst du dir jetzt verdienen, ey? Wollte ich ihm sagen. Ja, der Kill gegen die Sona da war natürlich geil. Musste ich auch so ein bisschen lachen. Was beim Flash? W oder was? Nö, der erste Kill. Meiner meine ich. Gegen die Sona. Sehe ich ja dann wahrscheinlich erst mal. Na, da bist du ja gerade wieder connected. Weiß ich nicht. Ach der, ja gut. Ich dachte, die wär halt schon mal gestorben. Ne, den ersten Assist hab ich auch von der Mitte geholt. Mega. Machst du das, wie ich die Minions immer nacheinander anhitte, das bin ich von Miss Fortune noch voll gewöhnt, ey. Oh, nice ult! Oh! 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 Ja, die Dingens war halt auch noch da. Ja, die werden immer da sein. Egal wer von denen. Boah. Noooy. Ja. Ah, hab ich aus Versehen das Ü gedrückt. Aufnahme abgebrochen für eine Sekunde. Wow. Wir haben so eine Tryhards, ey. Mein Sub, so eine ganze Zeit AFK. Die im Farm voll vorne. Mach mal den Drake mit, denk dran, ne? Ja, ja. Aber gut, dass du sagst, trotzdem. Oh. Yes, baby. Wer hat den Drake? Auch, ja. Oh, Dursten. Haha, noooy. Und das, obwohl ich AFK war. Mann, 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 streck dich mal an. Ich hab'n Red Buff. Och, Mennu. Haha. Null. Ah. Ich hab'n Fartumat. Hm. Das muss ich schon wieder hier. Boah. Naja, das machen sie halt immer, ne? Sona ult, dann Ash ult. Ja, das ist schon fies. Naja, klar. Solche Kombos sind immer mies. Aber deswegen spielt man sowas ja auch. Ja, aber die kann nicht so schön unten wie du. Die Ash. Ne, auf zwei Metern kann ich auch. Ja, kann jeder. Jetzt krieg' ich gleich erst mal die Sona 0 vom Kopf. Ja, wenn sie denn... Ja, zieht sich zu sehr zurück. Nee. Unser Tee macht ganz gut. Ja. Schade, dass ich nicht genug. Egal. Hauptsache ein Tor noch Deffen. Einmal nennen barm, bitte. Okay. Oh, Vorsicht. Hm. Hier schon weg. Kein Risikoengender. Weil, wie du schon selber sagst, das Team spielt gut mit. Ah, ich geb' dir jetzt nicht für ein Team Rot Deffen. Nö, nö. Auf keinen Fall. Das heißt, die stehen halt hierhin. Ach, okay. Tanne und das Wiss von der Botzeit kommen. Mhm. Oh, der Yasuo. Eieiei, wie die wieder abgehen. Mega. Die müssen sich mal selber auf Stub sehen, ey. Nö, besser nicht. Obwohl, die finden sich doch wahrscheinlich noch geil. Ja gut, das kann sein Urlaust schämen sich des Todes. Weiß nicht, auf jeden Fall werden sie sich ja auf YouTube sehen. Oh, die schäme mich, dass ich am Anfang aufkäubern musste. Ich versuch dem Yasuo da oben noch zu helfen. Komm, ein bisschen runter, ein bisschen runter. Oh, wozu ping' ich denn da hin? Jetzt stirbt er. Oh, ist so ein Gangster. Oh, was? Ich kann mal aufpassen wegen der Doppel-Ult. Mhm. Mhm. So, gehen wir hier nochmal Worten? Ja, wo ich jetzt schon passen, die Mots für dich. Super, ne? Äh, hab ich jetzt nicht gesehen. Oh, ja. Jawohl. Okay, er will dann so mit Tannen. Das ist gut. Zona ist backgeportet, hab ich gesehen. Ja, ich hab das. Okay, hat's abgebrochen. Oh, komm. Jetzt hab ich's extra daneben gesetzt. Oh, mein Ulti kommt. Und meine Ulti kommt. Meine Ulti... Oh, geht knapp oben drüber weg. Oh, schade. Sie kriegt sie. Das ist wie geil. Sie hat den Kill, ja. Ich glaub, der hat grad Goldtick. Angabe ohne Gewerf. Oh, Mensch. Wer ist die? Ash. Kann aber auch sein, dass ich mich gekauft hab. Du kriegst auch noch welche haben. 100.600 Gold. Oh, das läuft. Das läuft. Das hat eine Maschine, ne? Naja. Maschinchen, sagen wir mal. Ne, die ist mal ein bisschen Maschine. Oh, hab ich mich hochgearbeitet. Ja. Hab ich schon eben gesagt. Nase. Äh. Wah! Alles gut. Minions haben mich outplayed. Nice one. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich sogar noch einen Assist gekriegt hab. Nee, leider nicht. Echt nicht? Bist du ärgerlich? Brauch Mana. Jetzt hab ich genug Mana. Oh! Die wollen nicht wieder alles rollen, ey. Warum hat man nicht so viel Damage, Syndra? Ah, die war weg, sonst warst du die Arme. Wir haben nen Tower. Wir haben nen Tower. Wir haben nen Tower. Tja, mei. Das läuft ja wieder. Na, bald hab ich die Asch im Farm. Ne, finde ich auch. Oh, ich bau dir mal Atem. Und ein Raunacl. Äh, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ein Raunian. Äh, ne, ich weiß es doch nicht. Ja, mach mal. Bau mir mal. Boah, ich geh ein bisschen junglen und dann können auch Botlane gehen. Bei mir brennt die Syndra die ganze Zeit. Nein, fuck. Oh, guck mal, da ist ein Biene. Echt, hat er denn geilen Skin? Lass den in Ruhe. Ich guck mal zu meinem ADC, was? Wenn der ADC aufs Wartel. Ach, verdammt. Hm. Mist, die Kacki. Echt? Der war aber nicht so schön wie deiner. Hat meine denn getroffen? Ich weiß es gar nicht. Leute, sind ich da eben mit den Minions gewackt, ey? Oh, guck mal, Lars. Er will. Sie soll mich bloß in Ruhe lassen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Zwei Assassine, das ist schon ein bisschen eklig, ne? Ja, da waren aber auch alle wieder gefragt. Wie ging es das? Oh, Mann, ey. Da habe ich zu wenig Gold für das andere Teil, Alter. Ah, wie du Taxi. Nochmal auf dem Ohrsche zu schreiben. Achso, Entschuldigung. Ja, komm, das haben die aber gebraucht. Wenn ich sowas schon wieder lese. Ey, deine Mutter. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Machst du mit? Haha. Ah, Mist. Ami, da ist ein... Krabbe. Ja, guck mal. Da ist ein Krabbe. Da ist ein Krabbe. Geh noch mal Topline hoch. Gucken, ob es da ein Farm kommt. Ich stelle hier mal ein Krabbe da. Nein, das große kriege ich bestimmt nicht. Ich wusste es. Da wollen wir uns da einmischen gehen. Die sind schon gut. Das ist gut. Los, holst du mal zum Farm ein. Bin ja dabei. Guck mal, ultra fleißig. Boah, Maschine. Jetzt hast du... Naja, da hinten. Lass mal schnell Base gehen. Ich glaube, es reicht für meinen Hurricane. Ja, locker. So. Jetzt sind die alles so toxik heute. Okay. Ja, das ist AFK-Botlane, ey. Uh, Report. Ja, Report, ey. Boah. So, ich gehe jetzt erstmal Botlane-Farm holen. Zwei Farmen noch, dann habe ich... ...habe ich einen Rengar. Hier, wo kommt es runter. So, da kommt es auch runter. Und Ace auch. Dann drehen wir gleich wieder ab. Abdrehen. Oder die machen Trey, kann auch sein. Vermutlich sogar. Was hast du schon gemacht mit der Bubble? Ich gehe hier rum. Schisser. Nein, ist ja richtig. Oh, wir müssen, glaube ich, da Botlane. Er ist schuld. Na, zumindest mein Blue-Buff. Oh, schade. Ich habe das. So, die hat hier gerade ein Double-Kill gemacht, die Syndra. Ja. Dann können wir auch noch ein bisschen pushern, würde ich sagen. Danach wollte ich mich ganz zurückziehen. Machen wir. Jetzt. Sofort. Im hinteren Busch sporten wir. Okay, die beiden sind einfach zurückziehen. Ja, das sollte aber reichen. Na, lauf, lauf, lauf. Machen wir nämlich klar, dass sie in der Nähe ist. Mh, deswegen hat sie ja dann Pfeil geschossen. Ja, Talon auch da. Mh, wieder mal. Ja, was war da? Ähm, so. Nice Ult. Mh, da müssen wir irgendwie dazu joinen. Ah, bist du schon okay? Hab dich gesagt. Mh. Nimm mal, geh die Party ab, wenn ich komm. Wo sind die Bösen? Da sind sie. Kripp. Ist der Timo eigentlich noch da? Ja, da drüben beim Talon, ne? 1,9 Timo. Läuft bei ihm. Ja gut, aber Timon gegen Syndra ist natürlich auch absolut kein Geschenk, ne? Oh. Au. Aber die Püsen machen trotzdem damage. Ja. Äh, ich geh mal zum Red Buff. Da dürfte eigentlich keiner sein. Dachte, dann findet gleich einen. Dachte. Ne, ich meinte nicht Pilz, ich meinte Gegner. Ach so. So, aber jetzt sofort weg. Lala ran. Alles cool. Na, kann ich auch nichts machen. Ne. Damit du kommt fahren. Ja, da kommen auch Gegner. Nein, ich geh hinten rum. Vorsicht, nicht dahin gehen. Nicht dahin gehen. Ne, ne, ich will nur so nah hingehen, dass ich guck kann, ob jemand drin ist. Könnten eventuell dann berühmt sein. Ja, was willst du machen? Hm. Ach, Mann. Hast du einen Pilz gefunden? Ja. Jo, sind dran. Was soll ich tun? Dammit. Ich hab's versucht. Ja. Was geht denn da hier so? Da ist noch hin. Das weiß nur der Jasu. Hm. Hm. Komm, eins versus eins. Nein, Junge, das ist ein Teamspiel. Ach, aber diese behinderten Sachen wie, ja, eins versus eins. Sag ich das in Warcraft dann auch, wenn's zwei versus zwei ist. Na gut, da hab ich ja schon oft eins versus zwei gespiegelt und sogar gewonnen. Boah, dieser Damage. Von der Syndra, ne? Ja. Das ist echt schon übel. Ja. Trägt mich hier in der Arme T-Mot-Kichte. Ja, die machen natürlich ein Drake. Hm. Ah, ich geh mal bot. Ich geh mal... Mana. Mana, mana? Ja. Ich hab mir schon extra Quecksilverschärfe jetzt geholt gegen den vielen CC und die Pilze. Ich hab jetzt drei Pinbots geholt. Hast du einen Sweeper? Oh Mann, ey. Ja, ja, so, du bist halt gleich tot. Ne, Syndra hat recht. Wir müssen gerufen. Allerdings werden sie mir dann auch ins Gesicht springen, wie die Großen. Ja, deswegen brauchst du gleich noch ein Schild. Ja. Ah. 4-11, ja so. Ja, der soll einfach noch mit mir rumlaufen. Ich hab Free Knock-Ups. Hm. Ja, gut. Hätte ich mir auch sparen können. Geh nach oben weg. Nicht zu mir. Komm, ähnlich. Die sind gerade mit Ringer beschäftigt. Was macht der da jetzt? Keine Ahnung. 1,25. Oh Mann, no. Ich nehm noch den Blue und jetzt gehen wir stiften. Wir müssen, wir sind in der Mitte, das nicht bleibt. Mhm. Mal sehen, ob da was geht. Ja, Gruppen tun die ja wieder nicht. Der Jasu, der will ja nur Split pushen. Und warum der Ringer da in 5 Mann reingeht, das weiß nur er. Ich werde es. Ich werde es. Ich werde es. Ich werde es. Ich werde es nicht mehr soar. Das ist die von der A-Schule. Boah. Schiro und Kuro sind bereits losgelegt. Ja, ich werde auch nicht reingehen. Oh, die sind einfach alle mit. Ja. Ja. Ich habe hier ein Sternenlicht für dich. Nein, hilft mir einer. Oh. Boah. War der AFK, oder? Weiß ich nicht. Und jetzt geht er da wieder so. Haha. Alter. Das war natürlich eine Aktion des Jahres. Mhm. Sure. One-Shot-Pullshit. Ja, so sind sie. Warte. 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 Nix, et. Äh. Es. Wie auch immer. Ist nicht einfach. Nicht so lange wir leben. Auf, sowas gebe ich eh nichts. Das ist eh nur eine... Puh. So, ich lebe. Ja, ich lebe auch. Ah, Andrache ist ab. Dammit. Oh, was soll ich als armes, kleines ADC hierhin machen? Ich kann weder zu dem einen noch zu dem anderen gehen. Ja. Ja. Oh, Talon ist top. Das ist unser Free Drake. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich habe mir das ausgezahlt. Ne, ich laufe lieber. Hast recht. Ja, ist besser. Wenn die Eviländer doch noch gleich ankommt oder so. Puto. Puto. Mal wieder Pinkboards kaufen. Oh, no, da kann ich mich doch schrocken von diesem Minion. ich nehme noch so ein trank mit ein gott wieder lassen also ich trau dich nicht so weit alleine ne wollte ich gar nicht in dem bereich wo du gerade bist will ich gar nicht hingehen doch hier geht ja noch es ist bot könnten jetzt mal schon irgendwann abgreifen wenn wir mal wen erwischen schenke werden jetzt alle bot gehen so nur noch er schon tief dass sie es dürfte jetzt bei mir auftauchen da ist konnte ich nicht mal mehr wegflashen jetzt haben wir so schön da gewonnen also mit vier gegen fünf da macht er so ein scheiß na gut das ist easy kill also wieder so ein spiel zum weglaufen ja immer einer der nicht mitmachen will gefühlt nein nicht nur gefühlt es ist die ganze zeit so mich ärgert es dass hier zu viele assassins sind talon und die vereiner von beiden springt mir halt immer ins gesicht ja ich kann es halt nicht verhindern leider kannst du noch versuchen aber ob es klappt guckt ja ein jahr so wieder an torfkopf vorm herrn aber mit meiner ul zusammen hat es fast gereicht hat er sogar noch einen gekriegt ja ich mit den talon eigentlich schon mal ich habe einen pilz gefunden im moment kam es zu stark ja ich gehe mal ein bot lane farm machen ich brauche noch 1 5 brauche ich 1 1 habe ich dann reicht es für Schutzengel und das hätte ich schon sehr sehr gerne ok reicht einfach laufen das weil du tot bist nein recht hat so ohne sind 3 ist schon scheiße aber das rendern gibt es bestimmt jetzt nicht ich bin da niemals ja da oben hin da trifft man natürlich auch nichts aufpassen aus ja er hat's ein punktwort Komm mal bitte Wir müssen total zurück Nein du blödes Menin Ich hab's gewusst Taubt wieder Ha Ja sie konnte ja nirgends mehr rauslaufen Oh nein Ja so So meine Ult kommt 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 Trifft natürlich Ja aber sie hält sich jetzt auch mit Passiv Ne Ringer ist hinterher Mit Ult Oh loi Hm schade Ne zurück Ich geh meine Red Bar vollen Geht schon wieder 43 Minuten Ne Nicht die Pflanze Ne ne wollte ich nicht So Deswegen Gehen Ah ich wusste auch Du kriegst mich safe Hm Willst du Flugauf machen? Hm Ja Okay Okay Es ist mir egal ob du Maus hast oder nicht Ich hab auch keine Maus Oh ja so wieder Ne Ja so Ja aber klar Hm Loi wie geht meine Ult Da durch die Sona durch Scheiße Pilz gefunden Jawohl Jawohl Diese sind roll Die ist so müde Ich steh gleich wieder auf Schade Weitermachen? Ja klar Oh nein Oh nein Oh wo wo Aber wenn du Kommt Dann weiter Dann können wir nur noch rennen Dann du rechts rum Geh nämlich zum hochheilen Ja Ah Wolltest du mich outplayen Ne So ich bin wieder full life Ah bei mir Bei mir Ah Instant down One shot Bullshit Ja Oh Schade Oh Jetzt ist natürlich Ganz eklig Geh da nicht rein Irgendwie Ne ne Ich hab gut überlegt Aber ich riskiere es noch nicht Nein Geh weg Ganz ganz schnell Ich brauch noch 20 Sekunden Das wird schon hart genug Vor allem weil der Yasu Wieder so lange braucht Um zurückzukommen Ja der braucht 10 Jahre Jetzt geht er von hinten Da rein In zwei Was Wer ist denn jetzt gestorben Sind doch scheiße Na toll Rengo Gib alles Ist das ein Eklige Spiel gewesen Alter Fui Hochgeladen Hab ich es natürlich Trotzdem Und ich hoffe es hat euch Ein wenig gefallen Und wenn ja Daumen hoch Bitte nicht vergessen In diesem Sinne Bis zum nächsten Game Euer Aram Ich bin Ich bin Und ich bin Unge Bis zum nächsten Mal Und ich bin Und ich bin Ich bin Vielen Dank.